Wenn du damit gut treffen kannst, das rockt richtig. Die Stinger, die ist zwar irgendwie cool, weil die so abgeliefert, aber irgendwie ist die auch scheiße. Oh, Titan bereit! Und Will kommt zurück zu einer Runde Titanfall. Diesmal mit den Dead Cheap. Ja, hallo. Dem Kapuzenwurm. Uh, hallo. Und dem Mörser. Ja, hi. Und wir sind die totalen Noobs eigentlich, also Ted nicht, ich auch nicht so, aber die anderen beiden haben noch nie gespielt, glaube ich. Ich bin diplomiert. Doch, der Mörser hat schon gut gespielt. Ich bin diplomierter Titanjäger. Aber auch Titanfall so? Ja, Beta. Achso, krass. Okay, da habe ich nichts gesagt. Ja, ein, zwei Tage haben wir gespielt gehabt, als das öffentlich war. Und ich habe hier mal diese Scharfschützenpistole. Warum habe ich ein Schalldämpfer? Das bringt doch gar nichts. Doch, dann weiß der Gegner nicht sofort, wo du bist. Achso. Achso, man sieht, man bekommt das dann angezeigt. Genau. Ja, ihr habt den, wenn er nicht hört, dann kann er nicht oben auf dem Radar stehen. Warum haben die alle Titan zu, wir haben keine, was soll das? Ich habe einen. Ich habe auch einen. Ja, ich bin oben drauf. Ich habe auch einen, aber. Bin sportlich mit V, oder? Ja. Boah, zieht der richtig, ne? Nur wenn der Countdown gerade so weiter ist. Was zieht richtig? Wenn du in die Klappe ballerst? Ja. Aber du kannst nicht so lange da dranbleiben, ne? Doch, eigentlich schon. Echt? Okay, dann wurde ich von dem anderen runtergehackt. Das kann natürlich sein. So, ich baller erst mal mit meiner fetten Sidewinder auf den Titanen hier. Ach, guck mal. Ach, Leute, hat mich einer von hinten in das Smart Pistol erschossen. Yes! Und dieses Geräusch, wenn die Titan runterkommen ist so awesome, ey. Ja, finde ich auch. Hinter dem Mörser, da rennt einer rum. Was? Wo? Wann? Wie? Wo? Weißt du, was ich noch cool finden würde? Wenn das so ein bisschen hier so wäre, wie bei Battlefield, dass man immer, wenn man in einer Gruppe ist, beieinander spawnt, so. Ja, das wäre geil, ne? Weil dann könnte man auch ein bisschen zusammenspielen, ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen schwierig auch, hier, um irgendwie so eine gewisse Team-Taktik oder so aufzuholen. Also, ich bin hinter dem Mörser. Wunderbar. Achtung, ihr seid Schutzstellern, aber. Oh, ich hab nicht viel. Ich glaub's hier gar nicht. Oh, fuck. Mein Chill ist down. Easy, easy. Der ist down jetzt hier. Oh, da ist einer. Das Spiel ist mir ein bisschen zu schnell, können wir nicht schacken oder so? Nee. Was? So schnell? Das war geil. Könnte noch ein bisschen schneller sein, ne? Ne, im Titan ist da sehr lahm, oder? Ja. Um Gottes Willen. Da kommt schlecht aus dem Pushen, aber der wegt zu schneller nach der Zeit. Aber der Titan kann nicht in der Halle sporten, oder? Wieso konnte ich nicht aussteigen? Oh, ich konnte nicht aussteigen. Was für eine Scheiße, ey. Oh, da lauf ich drüber. Ja. Jawoll. Stufe 10. Und nehmt immer schön die Minions mit, ne? Oh, komm, Mann. Ja. Vor allem, wenn man Multikill macht bei denen, ne? Da lauf ich immer drüber. Ich hab das am Anfang hart gemacht halt, die mit der Smart Pistol gefarmt hat. Geht super schnell. Ja, Smart Pistol ist ja ohne Probleme, ne? Was ist dieses Jet-Schub-System mit V? Weiß ich jetzt grad gar nicht. Specter ausgeschaltet, sind das NPCs? Ja. Ja, genau. Das find ich aber ein bisschen mancher blöd zu erkennen. Ja. Wenn du so im Gefecht bist. Wenn du so im Gefecht bist. Der ist down, der ist down, der ist down. Ich helf dir. Geh mal hier raus. Ohhhh. Weg ist er. Ich muss hier raus. Fuck, ey. Geht er zu mir? Ich hab aber kein Eject. Ich muss halt so rauskriechen und verletzen. Ach fuck. Aber du hast kein Eject? Ne. Warum nicht? Weil er mich ja Yolo-System spielt. Weil ich Level 1 spielt. Ach so. Alter. Seid ihr schon alle in Titans drin? Ne, ich bin schon mehr draußen. Börser, Börser. Was, wo bist du? Da, ich bin grad mit dir gewesen. Nix mehr hatte der doch da oben, ey. Börser, da hinter dir. Börser. Alter Kumpel. Was denn da los? Hier war doch gerade einer. Wo bin ich denn hier? Da hin muss ich. Da ist der Peter. Oh. Da war ich, genau. Ich wechsle aber gleich mal bei die Waffe. Scharfschützen, da hab ich genug geguckt. Börser, was für ne Waffe hast du? Boah. Ich hatte so ein Scharfschützengewicht. Standardwaffe, ja. Ah, okay, okay. Ach so, der Mörser. Okay, hui. So, ich geh mal Nahkampf mit Pumpe jetzt. Pumpe. Ja, Pumpe. Pumpe hat ihn doch gar nicht gespielt. Muss ich unbedingt mal machen. Bringt das auch die Bots zu killen? Bringt das auch irgendwas? Ja, klar. Wie oft hab ich das jetzt gesagt? Sorry, ich bin, ich bin, das geht mir zu schnell. XP halt so, ne? Auf die Dinger hier. Okay, okay. Und ohne Scheiß kannst du dir, und jetzt ist es nicht böse gemeint. Kannst du dir das Spiel mit dem Pad vorstellen? Nee, nee, ich kenn das ja nicht. Ich kannte es nicht. Super Aim dabei und dann passt das. Oh cool, jetzt hab ich nen Titan. Jetzt geht das ab. Jawoll. Was ist denn Titan? Nein, Quatsch. Äh, endlich hab ich meinen Titan, aber wo ist der ja? Der spott so total außerseits. Kannst du sagen, wo der sparten soll? Ja, aber der, ich hab den in der Halle gekriegt und dann da spott der ja nicht. Ah ja, stimmt, das recht. Boah. Ich glaub, der ist ziemlich angepisst auf mich hier drin. Ja, Herausforderung abgeschlossen. Oh, da hab ich einer so billig mit der Smart Pistol geschossen. Ja, Smart Pistol ist voll imba, find ich. Ja, es geht, also. Aber es gibt da auch, glaub ich, Perks, wo man die Zielsucht verschlechtern kann, oder? Oder war das nur meine Planung? Weiß ich nicht. Ich hab auch noch gut auf den drauf geballert grad, Mörser. Ich komm dir zu Hilfe. Oh fuck man, Leute, was geht ab? Jawoll. Was hier los ist, Mann? Ich glaub der Sound ist aber zu heiße. Aber noch ein Lassist abgestaubt. Oh shit! Oh mein Gott, mein Titan ist kaputt! Och, dann trifft er mich echt noch, ey. Ist er kaputt gegangen, Kaputze? Ja! Der Kaputze. Peter! Ah! Komm der war doch gut. Spam's hier voll rein. Komm der war gut. Ja! Wenn ich sterb, bin ich halt das Dead Team, ne wie ihr Name schon sagt. Oh nein, ich bin tot! Jetzt kommt mal, man kann übrigens auch mit seinem Titanfall, wenn der runterfällt, einen anderen Titan zermatschen, ne? An Titan sogar auch. Ja, ja. Da siehste, guck mal. Ah, Peter! Durch, Titanfall, Utik. Sehr geil. Peter, wo gehen wir hin? Ah, ich warte auf meinen Titan. Oh, oh, da kommt er schon. Du kannst dich draufstellen, wenn du willst. Echt, kann ich? Ja, wenn du hoch springst. Doppelsprung. Bin oben! Jetzt geht's los! G, g, g. Das ist ja geil. Jawoll, ich hab den in die Luft ausgeschaltet. Und wenn du drei drückst, hast du Anti-Titan-Waffe. Ja, hab ich. Oh, hi, Peter! Oder, oder? Komm, wir machen wir zusammen fertig. Auf F hast du auch noch was, ne? Ah ja, stimmt. Ich? Ich? Oder was? Nee, wenn du den Titan hast, dann hast du auf F auch noch ne Attacke. So. Okay. Kommst du klar, oder was? Wo sind die denn? Ah, hier hoch. Es ist echt schnell. Gotteswind. Breiter Kapuzenwurm. Was ist los? Ja, genau. Ach, jetzt hat er mich natürlich sofort getroffen. Bei Panne so auszusteigen, ey. Da vorne, da vorne, hol ihn, hol ihn, Peter, hol ihn. Den kriegen wir, den kriegen wir. Er ist tot, er ist tot. Wo, 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 wo? Da. Er ist gleich tot, oder? Oh, fuck. Er ist ausgestiegen, er ist oben. Ja, er ist. Wo fliegt er? Wo fliegt er? Ich glaub, Peter, der schießt in die ordentlichen Arsch. Oh nein, aussteigen, aussteigen, aussteigen. Okay, Bibi, ich auch, okay, fuck. Oh Gott, oh Gott. Da ist der Kapuzenwurm, ich sehe ihn. Hi. Oh, weg, 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 weg. Oh, wack, ich bin angeschossen. Fette Titan, war er. Sonst hab ich da drauf springen und ihn kaputt machen. Das ist auch Titan. Scheiße. Ich bin drauf. Ach so, du bist schon drauf. Ich wollte gerade drauf. Das ist ja hammergeil. Den kriegen wir down. Oh, dann tritt der. Weiß, das war so schlecht. Ich bin den Bein von ihm extra ausgewichen. Ich find die Zone, wo die auf dich drauf treten, nach wie vor zu groß, ey. Ja, das stimmt. So. Das ist echt so ein bisschen. Okay, jetzt hat er die Action beruhigt. Den hätte er noch fast down gekriegt. Geil. Warte. Da bin ich von dem Titan weggehackt. Das war gerade so geil. Ich bin Stufe 20 auf einmal. Was ist los? Krass. Mit dem Level geht der voll schnell. Dead ship killing. Oh, nice. Danke, Mann. Das war ich aber auch. Da war noch einer, der da stand. Okay, okay, okay. Ich hätte ihn auch sehr gerne abgestaubt, aber. Aber ich hab auf drei diese Anti-Titan-Waffe, aber sieht aus mit dem Maschinengewehr eigentlich. Ja, hast du auch teilweise. Ja, das ist dieses Sidewinder-Ding. Da steht auch teilweise. Da kriegst du ganz viel kleinen Raketen. Das ist aber auch viel geiler vom Schaden her. Ja, find ich auch. Ja. Wenn du dann nicht gut treffen kannst. Ja. Das rockt richtig. Die Stinger, die ist zwar irgendwie cool, weil die so abvisiert, aber irgendwie ist die auch scheiße. Oh, Titan bereit. Oh, hier. Guck mal, jetzt sind wir alles zusammen. Peter, ich, Kapuzenwurm, Merzat. Oh, nice. Stimmt. Die Familie ist komplett. Ich hatte ein Double Player Kill. Oh. Wer strafft denn da vor mich und kriegt die Granate? Au, das ist ein Titan. Okay, das war scheiße. Oh, shit. Die kommt noch rein, oder? Ich renne mal aus. Ah, ich bin tot. Ich bin auch tot. Fuck. Oh, mein Titan muss landen. Los, Titan lande. Ja, Splash-Damage ist sehr groß, von der 14 Millimeter. Ja, ist... Okay, bin drin. Ich habe auch manchmal das Gefühl, ich habe ein 50er Ping. Ich habe manchmal das Gefühl, ich habe ein 200er, weil ich jedes Mal hinter der Ecke sterbe. Jedes Mal. Ja, das hat, glaube ich, EA an sich das Problem. Das ist ehrlich. Alter, wie will der mich auseinandernehmen? Ich muss da ganz kurz recken. Oh, nein. Oh, nein. Ich brauche mal einen Sprint. Oh, Mist, der nimmt mich aus der Kabine raus und zerdrückt mich. Nein. Schade. Ich bin dreht. Ich bin dreht, ich bin dreht. Ich bin dreht, ich bin dreht. Ich habe mich kaputt gemacht. Sauber. Da, eject von ihm. Scheiße, die haben mich auch. Ich bin doch auch in die Luft geflogen. Die Nukleardinger sind auch heftig, ne? Das trifft einfach viel besser als ich. Oh, müsst ihr verlieren. Aber ich fühle mich wie Superman. Das kann ein Fehler nach Hartwig sein. Boom. Das war awesome. Ich habe gerade den anderen Gegner, den gegnerischen Titan mit seinem eigenen Arm kaputt geschlagen. Ja, geil. Boah, immer der gleiche killt mich. Och, jetzt tritt der echt noch auf mich drauf, ey. Der Säcki? Mhm. Der Säcki, Mann. Guck mal, das setzt ihn hier an. Erst wenn er ohne Ende ist. Bestimmt geil. Wo ist der denn jetzt hin? Hier war doch gerade einer. Na weg hier, ey. Genau, wir sehen nämlich dann sofort. Freil mich auch manchmal. Ja, gerade die Minions, weißt du? Du schläfst dich von der Seite ran und dann, oh, feindlicher Pilot. Ja, und dann kann der Gegner dich halt auch sehen, weißt du, wenn die Minions in der Nähe sind. Ja, genau. Äh, von wem wurde ich denn jetzt so schlecht gekillt da von hinten? Stufe 11, krass. So, Leute, bereit machen zur Evakuierung. Wir haben verloren. Was? Was heißt Evakuierung? Was müssen wir jetzt machen? Zu diesem Raumschiff auf der Map hin. Was? Das kommt aber erst am Ende der Zeit an. Deswegen nicht zu früh da rumpimmeln, weil dann wirst du abweggehackt. Rumpimmeln? Okay, okay. Ich camp dann immer irgendwo. Oh nein. So ein bisschen, weißt du? Ja. Ich weiß gar nicht, wo der landet hier an der Stelle. Oh, ich bin tot. Also wir müssen Ankunft und wir müssen zurück, oder was? Ja. Ach, da unten. Ich seh's. 30 Millimeter. Das schaff ich nie. Ich bin verloren, Leute. Fahrt ohne mich. Und nehmt mein Ass mit. Ach, Mann. 29 Prozent noch, ey. Der andere war vielleicht dann weggehackt. Ja, los, Ted. Ich seh dich. Lauf. Ja, ich hab's geschafft. Aber die können das jetzt noch abschießen, wenn sie genug damage machen. Okay, Leute. Fahrt ohne mich. 2, 1. Wir schaffen die nicht mehr. Stimmt. Gott sei Dank. Fahrt ohne mich. Okay, tschüss, Leute. Ich bin noch da. Ja, ich seh schon. Okay, du wirst platt getötet. Also, ich bin im Weltall. Hab ich geopfert. Und der Pitta auch, ne? Ne, ich wurde getötet. Ach so. Ich hab's geschafft. Was, ich hab nur 3 gekillt? Guck mal, Ted. 10, 15. Boah, ich bin eine Schöne Statistik. Boah, krass. Boah, krass. Ich bin eine richtig kacke. Ich bin ein bisschen enttäuscht von mir. Aber wie lange ging die Runde jetzt? Boah, weil 10 Minuten oder so geht halt immer. Boah, das ist richtig krass. Ja, krass. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Part, ne? Tschüss. 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 Ciao.